reden können nö also das Display geteilt bis wir diesen hässlichen hesslige die Kälte er geht weiter jahre wie was meine Pilze für gespielt doch nicht und gerade sagen gut gemacht aber noch ein wolle ich bin jetzt der größte steiler ich habe jetzt gold ruse über hemd ist er vorsichtig nicht dass das tägliche ich hab's gefunden ich darf verlieren wurde logik heute loo ist das tnt darf ich mitnehmen ich bin sagt ich nicht ich kann das mit gator game und tun sie irgendwas aber ich bin prägtig nein habe ich das nicht werde ich recht bekommen auf verkauf verkauft 4 4 Wachstuhl von den Stuhl und die Mappel im Haarstuhl und ne, vergiss, ich sag, tschab so, ich hab drei Wolle schon mal, deine Träger kannst du selber hören so, da ist eine, da ist zwei, äh da ist drei, ja, ja, ja da hast du schon? nö du musst jetzt hängen, komm und dann als nächstes brauchen wir Schnee zwei Stück hier sind zwei Stück Schnee, die kann ich mir eben farmen brauchst ne Schaufel und hier ist auch Eisen brauchst ne Schaufel dafür halt, die fresse ich nicht du vielleicht, ich kann das nicht weil, mit Schnee kann wir uns Schneemann machen und der Schneemann bringt uns ganz viel Schnee damit können wir unsere Base richtig weit erweitern und da schmilzt auch nicht, zum Glück ich hoffe, der ganze Schnee schmilzt dann so ja, das wär, ähm lieg mal grad im Bett, aber geh das weg das Baum mal so im Loch haha ich hab vier Eisen, was so du kannst auch mit deinen Brettern mit ein paar davon unsere Base-Arbeit Was hast du gegen meine Bretter? Ich geb dir gleich Brett, so wie in Dichs. Schweig einfach, du... Ich komm da immer noch nicht drauf, klar. Was krieg ich? Ne, 10er. Bomm! Insider. Ach, ja. Erstmal ne Workbench. Und so. Ich hab einen Brown, ich bin stolz darauf. Ich liebe ihn, er liebt mich auch, ihr. Mein cooler Brown. Ich bin runtergef... Ne, doch nicht. Ne, ein halbes Herz. Ey, hast du schon Schnee? Mhm, nö. Ich hab Kohle gemacht, hab nicht bekommen, ey. Einen Schnee hab ich jetzt. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin tot. Oh, shit. Dafür geht's betten. Ja. Wo bist du gespawnt? Hier, ganz oben. Irgendwo in der Nähe? Keine Ahnung. Warte, ich gucke kurz. F3. X... Oh, Gott. 4, 25, 4. X, 4. 4, 25, 4. Nachher Reihe sind vorgelegen. Da bist du ja voll weit unten, oder? Ganz oben. Mann, ich bin tot. Brauch was. Das heißt, das ist ganz dicht. Ich bin tot. Also, bis wir betten haben. Oder hol drei Wolle und dann poort sich. Ja, ja. Ja, ich spawn' gerade die ganze Zeit in the black hole. Ja komm. Oh, oh, oh. Oh, doch nicht. Oh, doch. Auch doch nicht. Lass uns Schnee, den brauchen wir. Haben wir einen Kürbis? Ja, haben wir. Einen Schnee noch, dann passt das. Fick dich, Mann. Ach, ich lebe. Jetzt wird das alles. Also, Mann! Drett! Wie ist das? Fangen wir davon jetzt nicht an. Das ist nicht gut. Ist hier eine Schaufel drin? Ja, äh... Dankeschön. Ich brauche die gleich noch zum Schnee fahren. Kriegste nicht. Ich fahre mit dem Rad Schnee. Und Wolle. Mit ner Schaufel. Ja, was glaubst du, was ich grad mache? Wolle mit ner Schaufel fahren? Ja. Hast du schon Schnee? Guck in ner Küste. Ja, das ist meins. Alter. Nö. 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 Okay. Ich versteh. Oh, ich hab ne Mild ohne. Hast du gelohnt? Ich mein zwei. Ich mein drei jetzt. Mal ganz ehrlich, wo ist es nie. Da steh. Wo ist ne, da ist ne. Wo ist ne, da ist ne. Mein Name is, what? Mein Name is, uh. Mein Name is. Wir sind grad im Let's Play. Nicht im Real Life. Hör auf damit. Nein, nein. Aus. Fui. Slim Shady. Wir sind grad im Let's Play. Nicht im Real Life. Nein, nein. Ich hör dich sogar. Nein. Das bist du. Warte, ich schlag dich eben runter. Fick dich. Halt die Fresse. Ich geh schon alleine. Fall. Ja. Ich hab's grad drei Wochen. Das war ne Reflexe. Hab's gar, hab's gar gescoupt. Ja, dann fort mich mal. Ich bin grad mit auf einem Stein. Ja, das interessiert mich ein Bulli. 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 Ich spawne dann so lange nicht. Warte, ich geh eben hoch. Hier ist auch, warum fall ich auch noch hinterher. Das miese Brett. Wir sollten so nen Todes-Count machen. Den ich dann da so reinschneide. Hä? So unten links so. Ein Tod. Linke Seite ist so Tode von mir so ein Zahl. Und rechts bei dir. Bei dir steht dann über 1000 und bei mir eins. Bei dir steht so ne quere Achtung Fixer. Okay, ich DP dich. Ähm, respawn. Hast du? Was willst du? Du sollst respawn. Oh nein. Jetzt, ja, ja. Hallo. Ey, die wollte ich mir grad spielen. Mir fehlt einem so'n scheiß Schneeball. Hol' ich hier eben, warte. Weil ich einfach noch... Ach, ich hab mir meinen Eke mit Schaufel. Ich geh mir Schaufel. Hier. Ich geh's nie wieder, weil ich die... Ich woll' dir Wolle. Aber du holst mir Schnee. Uns, ehrlich gesagt. Wir teilen ja eh alles. Brüderliches Teil. Okay. Ja, mach der einfach den Block weg, dass ich nicht weg kann. Wieso? Oh, ich bin Wolle gefallen. Oh, ich lebe noch. Oh, oh, ich lebe noch. Ein Wolle noch. Hab Wolle. Ich hab ein, äh, zwei Stück für dich. Hab Schnee. Nee, doch nicht. Oh, ne, ne Sp... Oh fuck. Komm zurück, Bro. Wie viel Wolle hast du? Hast du Wolle? Ich hab... Ja, eine Wolle hab ich. Ja, ich hab zwei. Dann hab zwei. Dann hab zwei. Okay. Vier Schneeballer hier ist. Nice. Und erst mal Wolle mit Schnee... Äh, Schnee mit uns. Fick dich! Scheiße Aussprache, ey. Bro. Hä? Schifftrücken. Pfff... Das ist mir noch ein bisschen. Gib mal den Einwolle. Lutsch mal entdecken. Da. Lass es doch den Sonnenuntergang genießen. Ach ne, die Sonne ist ja schon untergegangen. Hau rein. Äh, noch nicht pennen gehen. Leck nicht. Weil du Sport... Ich glaub, wir sollten hier nicht pennen gehen, weil... Fuck, ja, deswegen wollte ich jetzt auch noch ausbauen. Ich hab auch aussehen aufs Bett gekriegt. Meinst du so? Jetzt bist du... 1 ein gut gemacht oder aufmann naja ich will deine Base Nö, ich will aber nicht so ich baue einen Schneeball oder vier ich habe hier noch einen Schneeblock ja, gib mir gib mir, ich will machen du weißt gar nicht, wie es geht natürlich, weil es wieder geht hier machen dann draufsetzen zum Beispiel dann nicht hier, man ich baue eine Schaufel mach eine Schaufel weg gib mir einen Schneeblock man kann es wieder block machen wir müssen so einen Raum machen da stehst du so gehen wir erstmal in einen Schneeblock warte ich muss inbauen ich meine, baue bau du mal baumeister da bist du und generator müssen wir auch noch bauen muss auch eine Starter von mir machen und man Leute, ich hab das gerade bis nennen, manche was runtergesprungen Männer, Männer an Monster sind an, aber Endermann machen hier nix die können hier nix machen aber die können mit mir tun und mir Angst einjagen dann muss ich wieder vom Server lieben finde ich Spaß warte mal, wie hab ich das denn so ja, so und dann so ne, so mach es dann guck mal so hast du gesehen? genau du lernst aber schnell sie 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 sie